Hey, kennt ihr mich noch? Ich bin Sascha, ich habe letztes Jahr mein Anerkennungsjahr bei euch im Kirchenkreis gemacht. Und jetzt? Jetzt bin ich Diakon. Und ich möchte euch einladen, nächstes Jahr mit mir gemeinsam ein Fortbildungsseminar zu machen. Ein Fortbildungsseminar mit dem Titel Seelentröster. Am 20. November möchte ich mit euch schauen, was eigentlich passiert, wenn Kinder und Jugendliche zu uns kommen und uns ein Problem von ihnen offenbaren. Wenn sie uns etwas sagen, das ihnen den Boden unter den Füßen wegreißt. Wie gehen wir damit um? Wie sollten wir darauf reagieren? Einfach nur zuhören, ein Gespräch führen oder vielleicht ganz anders reagieren? Genau das möchte ich mit euch gemeinsam erarbeiten. Denn das ist gar nicht so einfach, immer die richtige Entscheidung zu treffen. Aber ich freue mich mit euch gemeinsam, das zu entwickeln und zu schauen, wie ihr eigentlich reagieren würdet. Also, ich hoffe, wir sehen uns am 20. November 2021. Also, ich hoffe, wir sehen uns am 20. November 2021.